Hi Leute! Willkommen zurück bei Umbrella Woodworks, dem rockigsten YouTube-Buzzle-Channel, den es gibt. Heute zeige ich euch, wie ich meine Türe mit USB-Platten verkleide. Ganz einfach auch noch aus Schallschutzgründen und Optik wegen möchte ich das machen. Und ich habe sowieso noch eine USB-Platte von der Vertafelung von dieser Wand hier übrig. Also mache ich diese Türe hier auch noch mit einer USB-Platte. Komplett ebenbündig. Dämmt auch noch ein bisschen den Schall. Das möchte ich einfach machen mit der übrigen USB-Platte. Beziehungsweise ich habe eine halbe USB-Platte übrig und das mache ich damit. Das erkläre ich euch jetzt, wie ich das mache. Ich kann sie nicht nur oben drauf schrauben. Ganz einfach, weil da wird es nur wenig helfen. Diese Querlängs- und sonstwas-Latten, was hier noch... Ah, da ist noch keine Hand. Moment, die muss raus, die stürpen. Ganz einfach, diese Querlängs- und sonstwas-Balken, die hält die eigentliche Verlatung, die ich euch nachher gleich von außen zeigen werde. Die ganzen waagerecht Verlatungen bzw. Latten. Ich kann sie jetzt, diese Latten nicht alle weg machen, weil mir das einfach zu doof ist bzw. zu viel Arbeit ist, dass ich die ganzen einzelnen Latten dann so lose habe und die dann alle genau grad ausrichte auf meiner USB-Platte. Das ist mir ein bisschen zu viel Spielerei. Jetzt mache ich einen kleinen Trick. Sieht von außen, glaube ich, nicht mehr so schön aus. Aber ist mir egal, wie das von außen aussieht. Außen ist nur der Flur, der Gang. Der interessiert mich keinen Plätzen und von innen sieht es dann schön aus. Ganz einfach, ich sehe hier diese Latten ein bisschen ab, die hier so quasi die Türe dann zu halten, wenn sie zu ist, damit man sie nicht nach außen ausziehen kann. Aufziehen kann. Himmel, herrgott. Hey, heutz bestes Deutsch schon wieder. Die säge ich ein bisschen ab. Dann öffne ich hier das Scharnier. Klapp es auf, tue hier meine USB-Platte hin, schraube das Scharnier an der USB-Platte fest. Dann ist die USB-Platte bündig und gleich hoch bzw. Plan mit diesen USB-Platten. Und auf die USB-Platte schraube ich dann von außen diese eigentlich vorhandene Tür. Was ja eigentlich gar keine Tür ist, sondern nur ein bisschen so Holzverschalung, Tafelung, Verlattung oder wie man immer dazu sagt. So Bretter, Zanknagel. Die schraube ich dann einfach auf die USB-Platte. Weil das ist wirklich nicht mehr wie so ein Haufen Holzbretter. Hier haben wir es ein wenig blickdicht gemacht. Keine Ahnung, was das für ein komisches Material ist hier. Keine Ahnung, was das ist. Ein alter, was weiß ich, ein altes Laminat, was schon gebröckelt. Und hier Dingsbums-Reste, Karton-Reste draufgetackert. Also es sieht wirklich unter aller Sau aus. Darum waren hier auch meine FSK 18 Mädels gehangen. Weil es einfach so scheiße aussah. Und das machen wir jetzt schöner. Und wie gesagt, so wie ich es euch gerade erklärt habe, so machen wir das jetzt. Als erstes fangen wir an die USB-Platten auf die richtige Höhe zu schneiden. Weil der Raum ist 1,90 m hoch. 1,90 m hoch. 1,90 m hoch. 1,90 m hoch. Genau. So rum. Ich habe es sogar noch auswendig. Und so OSB-Platte hat natürlich 2,50 m. Jetzt schneiden wir die erstmal zu. In der Höhe und in der Breite. Und dann gehts los. Das machen wir jetzt einfach mal. Die 2 Bretter sind zugesägt. Jetzt geht es darum, die Latten zu kürzen, damit ich quasi die Türe nach außen öffnen könnte, wenn ich wollte. 2,50 m hoch. Sollte die Schrauben ab. Okay. Okay. probably have. Okay. Okay. Sorry. Okay. noch ein kleiner anfänger tipp erstens nehmt am besten torx schrauben nehme ich auch sehr gerne habe ich jetzt zwar nicht überall verwendet aber nehmt am besten torx schrauben weil da macht ihr die köpfe einfach nicht rund wenn ihr mal irgendwie doch wieder was zurückbauen abbauen reparieren müsst und der zweite kleine anfänger trick für die anfänger unter uns es sieht alles viel schöner aus wenn ihr löcher ansenkt das machen jetzt auch noch schnell so 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 So, jetzt machen wir hier noch so einen kleinen Schieber hin, dass ich die Türe von innen auch zumal liegen lassen kann, weil sie hat hier auch, bzw. das Holz hat eine leichte Wölbung drin. So, jetzt machen wir hier. So, jetzt machen wir hier. Auf der Außenseite haben wir natürlich dasselbe gemacht. Da haben wir genauso einen Riegel hingemacht. Ist klar, in so einem Kellerabteil macht man einen Riegel hin, dass man Vorhängeschloss hinmachen kann und das abspannen kann. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Wenn ich die Türe jetzt weit genug aufmache. Oh, hier stoße ich an. Von außen absperrbar. Von innen mit ein klein bisschen Druck auch abschließbar. Von innen mit ein paar. Von innen mit ein paar. Von innen mit ein paar. Von innen mit ein paar.